Das Achterbahnlexikon Achterbahnfachbegriffe schnell erklärt Heute der Buchstabe B, wie Bobsledcoaster. Als Bobsledcoaster wird ein bestimmter Achterbahntyp des deutschen Herstellers Gerstlauer bezeichnet. Dabei sitzt ihr in viersitzigen Einzelwagen, also quasi kleinen Schlitten und erlebt Elemente wie enge Mauskurven, schnelle Richtungswechsel und kleine Airtime-Hügel. Die erste Auslieferung eines Bobsleds ist die Xenkte Sau im Erlebnispark Tripsdrill, die 1998 eröffnet hat. Andere Auslieferungen dieses Typs sind zum Beispiel Van Helsings Factory im Moviepark, Tikiwaka in Wallaby, Belgium, die Rattenmühle im Familypark Neusiedlersee oder auch Wildermusen in Grönerlund. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Wollt ihr irgendwelche bestimmten Begriffe erklärt haben? Schreibt's in die Kommentare, lasst ein Abo da und freut euch auf weitere Ausgaben des Achterbahn-Lexikons.